Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film The Menu. Worum geht es in diesem Film? In diesem Film geht es um Tyler, gespielt von Niklas Holt, den man zum Beispiel aus den X-Men Filmen kennt, und seiner Kollegin Margot, gespielt von Anya Taylor-Joy, die man zum Beispiel aus The North Man oder aktuell aus Amsterdam kennt. Diese beiden werden zu einem ganz besonderen Menü fahren. Und zwar werden sie mit einem Boot mit einigen anderen ausgewählten Gästen auf eine Insel gefahren. Dann werden sie dort abgeholt von dem Boot und denen wird die Insel gezeigt. Nach einiger Zeit kommen sie in ein besonderes Gebäude, wo sie eine große offene Küche mit vielen Köchen sehen. Und dort werden sie auch den Chefkoch kennenlernen, und zwar Julian Slovik. Und er stellt sich erst mal vor, er sagt ihnen erst mal, was dieses besondere Menü so besonders macht, und so weiter und so fort. Und nach kurzer Zeit merkt man, dass hier irgendetwas absolut nicht stimmt. Und es werden immer mehr Dinge passieren, wo man sich denkt, okay, hier läuft irgendetwas komplett anders, als man es sich vorgestellt hat. Soweit zur Story. Den Chefkoch, der wird gespielt von Ralph Fienes. Den kennt man zum Beispiel aus Harry Potter oder James Bond zum Beispiel. Und der spielt eine extrem krasse Rolle, muss ich sagen. Der ist genau wie der ganze andere Film, wie der ganze Film überhaupt. Das ist ein Mix aus extrem verschiedenen Emotionen. Das spiegelt sich in seiner Rolle ganz gut wieder. Er ist einen Moment ein bisschen lustiger drauf, in einem anderen Moment mal wieder ein bisschen ernster. Und das ist auch sehr spiegelnd für den ganzen Film. Das ist wirklich ein Hin und Her der Gefühle. Da wird man ein lustiger Spruch gebracht, dann passiert wieder irgendetwas, wo man denkt, ach du Scheiße, das kann doch nicht wahr sein, das hat er doch jetzt nicht wirklich gemacht. Und dann denkt man mal wieder, okay, jetzt beruhigt sich die ganze Situation wieder. Dann passieren wieder irgendwelche unvorhergesehenen Dinge. Und ey, das ist, der Film ist genial. Der Film ist genial. Der Film geht 107 Minuten. Und ich war so gefesselt an meinem Kinosessel. Ich hab das Trinken vergessen. Ich hab mein Trinken neben mir stehen gehabt. Ich hab vergessen zu trinken. Das ist mir noch nie vorgekommen, weil der Film einfach so interessant war. Der Film war wirklich so außergewöhnlich. So was habe ich so noch nicht gesehen. Und echt wirklich gut. Auch die ganzen anderen Charaktere, die da waren, die waren wirklich sehr gut geschrieben, auch vom Drehbuch her. Und die waren auch von den Schauspielern her auch gut umgesetzt. Also man konnte sich da wirklich sehr interessant hineinversetzen. Und das ist wirklich ein Film, der so auf jeden Fall aus der Reihe fällt, weil interessant. Der Film ist einfach interessant. Das kann ich nicht anders sagen. Ohne groß zu spoilern, um zu sagen, was ich interessant finde und was nicht. Aber schaut euch diesen Film mal. Macht euch ein eigenes Bild von diesem Film. Ich sag euch, dieser Film ist echt was Besonderes. Der Film ist richtig cool. Der Film ist spannend. Der Film bietet eine gewisse Dramatik. Also, wow. Also, vor allem wenn du dann wirklich noch dein Trinken, was direkt neben dir steht, vergisst, was mir noch nie so wirklich vorgekommen ist, dann macht der Film irgendetwas außergewöhnlich richtig. Und welche Bewertung ich diesem Film gebe, sag ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da bin ich wieder. Ja, also ich muss sagen, dieser Film hat mich echt überrascht. Der Trailer war ja schon interessant und hat Bock auf mehr gemacht. Aber dass das so ein verrückter, lustiger, dramatischer, spannender Mix aus diesen ganzen Sachen ist, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wird so ein etwas besserer Horror, Mystery, Thriller, dies, das gedöhnt. Aber ich weiß nicht, wie ich den Film wirklich einordnen soll, weil der hat wirklich so viele Emotionen. Weckt der? Und da wird es auch so schnell hin und her gesprungen von diesen ganzen Emotionen. Echt sehr, sehr, sehr interessant. Die Schauspieler sind gut, das ganze Setting passt. Also, wow. Und deswegen, weil ich diesen Film so außergewöhnlich finde, weil der wirklich so ein bisschen was hat, was man nicht in jedem Film sieht, gebe ich diesem Film volle fünf Totenköpfe. Weil der Film einfach, ey, ihr müsst diesen Film sehen. Ihr müsst diesen Film sehen. Der geht zwar nur 107 Minuten, aber der kommt dann irgendwie länger vor. Aber im positiven Sinne. Ich hätte jetzt nicht gedacht, 107 Minuten, ich dachte, ja gut, das ist ja dann relativ zügig vorbei. Aber der kommt dann irgendwie so lange vor, weil man sich da auch wirklich in diese ganze Situation hineingesetzt fühlt. Und ja, deswegen, schaut euch diesen Film an. Ich kann ihn echt euch nur empfehlen. Ja, das war die Filmbewertung von TheMenü. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonnieren und liken nicht vergessen. Bis demnächst.